In diesem Video zeige ich dir, wie du Snapchat-Bilder im Jahr 2021 erneut öffnen kannst. Der erste Schritt ist, die Snapchat-App auf deinem iPhone oder Android-Gerät zu öffnen. Es ist für beide gleich, also folge einfach meinen Schritten. Jetzt, wo du auf dem Hauptbildschirm bist, musst du nach rechts wischen, um deinen Chat zu öffnen. Nun ist es wichtig, dass du den Snap, den du erneut öffnen willst, noch nicht geöffnet hast. Also muss es ein neuer Snap sein. Versuchen wir es mit Team Snapchat. Du kannst ihn einfach öffnen. Da haben wir es. Geh zurück und jetzt kannst du dieses Fenster nicht verlassen. Du musst hier bleiben. Halte nun Team Snapchat gedrückt. Halte es. Jetzt hast du das zurückgesetzt und kannst nochmal auf Team Snapchat klicken. Und du kannst es wieder sehen. Wir können es auch mit jemand anderem versuchen, zum Beispiel memes.tm, damit du es siehst. Du gehst zurück, bleibst nur auf dieser Seite und hältst den Namen gedrückt. Es ist jetzt aktualisiert. Du kannst erneut klicken. Und du siehst, dass es das Snapchat-Bild wieder geöffnet hat. So schnell und einfach öffnet man Snapchat-Bilder im Jahr 2021 erneut. Wenn dir dieses Video geholfen hat, hinterlasse ein Like, Kommentar und abonniere. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Grace. Untertitelung des ZDF, 2020